Nach den erstmals seit langer Zeit niedriger ausgefallenen US-Inflationsdaten haben die Märkte sich gefragt, naja, was wird jetzt die FED dazu sagen? Jetzt hatten wir gestern Abend ja die Veröffentlichung des FED-Protokolls, des FOMC-Protokolls und normalerweise findet da ein redaktioneller Prozess statt. Das heißt, man hatte sich ja erhofft, dass die FED da irgendeine Botschaft reinwurschtelte an die Märkte in Sachen Inflation und Zinsen, denn die letzten Inflationsdaten kamen ja erst nach der FED-Sitzung, die Arbeitsmarktdaten kamen nach der letzten FED-Sitzung. Insofern hatte man eigentlich geglaubt, naja, irgendwie wird die FED uns da schon etwas mitteilen wollen, aber faktisch hat die FED die Märkte doch ziemlich konfus hinterlassen, denn die FED scheint selber ziemlich konfus zu sein, sehr widersprüchlich, sehr gespalten. Da gibt es Dinge, die passen schlichtweg nicht zusammen und diese Dinge will ich Ihnen zeigen. Kein Wunder, dass die Märkte gestern dann auch irgendwie seltsam reagiert haben, nachdem das FED-Protokoll veröffentlicht worden war, ging es zunächst mal deutlich nach oben der S&P 500, wieder die Marke von 4.300 erreicht, aber dann ging es wieder nach unten, denn es gibt sowohl für die eine als auch für die andere Seite viel Munition. Jedenfalls ist das offenkundig nicht passiert, was eigentlich manche erwartet haben, dass die FED da ein paar wockische Kommentare reinzwirbelt in das FOMC-Protokoll, eben weil man sich sagt, naja, die Märkte, die sind jetzt schon wieder sehr, sehr stark gestiegen, damit werden die Financial Conditions wieder deutlich laxer. Wollen wir eigentlich nicht aus Sicht der FED, da schreiben wir mal was rein. Das ist offenkundig nicht der Fall gewesen. Wir sehen vielmehr wirklich den Bewusstseinszustand der US-Notenbank-Mitglieder um den 26. und 27. Juli herum und so müssen wir es wahrscheinlich auch lesen. Das heißt, da ist ja viel passiert, die Inflationsdaten, die Arbeitsmarktdaten, die Anstiege der Märkte sind da passiert. Da ist also durchaus einiges verändert. Jetzt sagt die FED, und das hat zunächst mal Auftritt gegeben, also hier werden wir absehbar jetzt nicht mehr die Zinsen so stark anheben, wie bei den letzten Schritten. Wir haben ja gesehen, jetzt zweimal hintereinander 0,75% Zinsschritte, das ist ein Riesenklumpen. Normalerweise erhöhen Notenbanken ja ein Viertelprozent, wenn sie jetzt nicht gerade in Inflationsländern wie der Türkei beheimatet sind. Da kann man dann gleich mal 4 oder 5% die Zinsen anheben oder senken. Jedenfalls waren das ja Riesenschritte. Insofern, klar, die FED wird jetzt nicht dauerhaft immer 0,75er Schritte einleiten. Und was wirklich außergewöhnlich war, was finde ich sehr irritierend ist, die FED hat wörtlich gesagt, with this forceful policy actions and communications, damit meint sich sozusagen die Zinswende und das, was sie kommuniziert, it had already contributed to a notable tightening of financial conditions, also eine Straffung der financial conditions. Genau das will ja die FED. Aber ist das wirklich passiert? Hier sehen wir mal unten eine Grafik von Zero Hedge. Die zeigt, je tiefer hier diese Kurse gehen, diese Grafik hier geht, dieser Strich hier geht, umso laxer sind die financial conditions. Und wir sehen, da hat sich sehr, sehr viel wieder in Richtung Laxheit entwickelt. Etwa 1,5% der Zinsanhebung, die letzten 1,5% sind praktisch durch diese financial conditions zunichte gemacht worden, könnte man sagen. Also die FED sagt, siehst du, wir haben doch schon viel erreicht, die financial conditions sind straffer geworden. Und das ist natürlich jetzt angesichts der Rallye, die wir gesehen haben an den Märkten, die dann wiederum konsumanregend ist, weil die Leute reicher sind auf dem Papier, weil sie mit Aktien Gewinne machen, dadurch mehr Nachfrage produzieren, damit sozusagen auch wieder die Inflation latent in die Höhe treiben. Also das passt hinten und vorne nicht. Aber schauen wir uns mal an, wann war die letzte FED-Sitzung? Eben 26. und 27. Juli. Da kamen wir im Juli von 3.800 Punkten. Wir waren im Tief beim S&P 500, glaube ich, bei 3.600, um den Dreh 3.630. Jedenfalls kamen wir dann auf die 4.000-Punkte-Marke, sind dann zur FED-Sitzung hin nochmal in Richtung 3.900 marschiert. Und erst seit der FED-Sitzung geht es mehr oder weniger ungebrochen mit kleinen Unterbrechungen deutlich nach oben, sodass wir dann eben vorgestern bei 4.327,5 Punkten genau die 200-Tageslinie erreicht hatten. Also aus Sicht der FED damals schien das noch einigermaßen nachvollziehbar zu sagen, naja, wir haben ja schon ein bisschen was erreicht, denn seit Januar hatte ja der S&P 500 deutlich korrigiert. FED sees interest rate hikes continuing until inflation eases substantially, minutes show. So kann man das auch lesen. Hawkisch dann die Mitteilung. Die FED sagt, wir werden die Zinsen in restriktives Territorium anheben müssen. Auch hawkisch. Also es war für jeden etwas dabei, aber nicht wirklich etwas Klares. Und jetzt haben wir ja ab nächsten Freitag die Sitzung in Jackson Hole, diese Notenbanker, dieses Notenbankertreffen. Und da muss die FED endlich mal klarer kommunizieren, muss sagen, okay, was wollen wir jetzt eigentlich, wie geht es denn eigentlich weiter? Denn es ist so, auf der einen Seite sagt die FED ja, wir haben schon viel erreicht, müssen vielleicht die Zinsen nicht mehr anheben. Jetzt haben wir die Inflation ein bisschen niedriger gesehen. Bleibt das so? Das ist die große Frage. Hier sehen wir nochmal die Flexible gegen die Sticky Inflation. Die Sticky, also die dauerhafte, die strukturelle Inflation ist weiter nach oben gegangen. Wir haben flexible Inflation, zum Beispiel Energiepreise nach unten gegangen sind. Right now the FED is losing, sagt hier ein Analyst von Evercore. Die FED verliert, ja richtig, sie hat praktisch die Kontrolle über den Markt verloren. Jetzt muss sie versuchen in Jackson Hole eben, nächste Woche Freitag beginnt das Ganze, wieder irgendwie einen Zugriff zu bekommen. Die Märkte, so sagt er, are still short a call to the Fed, so the strike price of that call inches up with better inflation news. Also die Märkte wetten, könnte man das vielleicht vereinfacht übersetzen, gegen die FED. Und je geringer die Inflation, umso besser dann auch ihre Chance bei dieser Wette. Aber jetzt muss die FED eben dagegen halten und etwas tun. Wir sehen, aber ich hatte das gestern schon gezeigt, dass die Inflation nicht so wirklich runterkommt. Ja, vielleicht haben wir einen Peak gesehen. Wir haben vielleicht eine Plateauinflation, eine Hochplateauinflation. Wir werden wahrscheinlich leicht runterkommen, auch in den nächsten Monaten. Aber bis Oktober wohl nicht unter die 8% fallen, im günstigsten Falle. Selbst wenn wir jetzt praktisch keine Veränderungen mehr jeweils zu den Vormonaten haben, wird das ganz, ganz schwierig. Und bei einer Inflation von 8% oder drüber kann die FED wahrscheinlich schnett einfach sagen, nur jetzt lassen wir das mal. Jedenfalls hat die FED gestern auch kommuniziert, dass manche Mitglieder der FED eben ein bisschen Sorge haben, dass man es übertreiben würde mit diesen Maßnahmen. Nun, wenn wir uns das Geschehen jetzt anschauen, an den Märkten zumindest, haben wir nicht das Gefühl, dass die FED übertrieben hat. Vielmehr hat sie ja ihre Bilanzsumme nicht wirklich deutlich reduziert. Heute kommen die frischen Daten zu dieser Bilanzsumme. Aber wird interessant sein, ob sie da ein bisschen jetzt mal mehr gemacht hat, weil sie ist da deutlich hinter ihrem Zeitplan zurück. Also auf der einen Seite sagt sie, wir haben hier das Risiko, dass wir die Inflation nicht ausreichend bekämpfen. Auf der anderen Seite sagt man, naja, wir haben Angst zu viel zu tun. Also es zeigt, man weiß gar nicht so genau, was der richtige Weg ist. Und das ist teilweise auch der sympathischen Art von Jerome Powell zu verdanken, der gesagt hat, wir sind keine Götter, wir können es nicht wirklich wissen. Wir nähern uns immer oder versuchen uns immer sozusagen an den Fakten heran entlang zu hangeln, könnte man sagen. Also wir sehen, die FED ist gespalten, keine klare Kommunikation. Deswegen haben die Märkte auch ein bisschen seltsam reagiert. Jetzt gucken wir uns mal die Überkaufteil an der Märkte. Hier sehen wir mal etwa den S&P 500 Advanced-Kleinlinie, 10-Tages-Advanced-Kleinlinie, also Relation zwischen steigenden und fallenden Aktien. Wir haben jetzt in den letzten 15 Tagen jeweils immer gesehen, dass wir hier steigende Advanced-Kleinlinie haben. Das haben wir nur achtmal bisher seit dem Jahr 1990 gesehen, dass es eine so lange Strecke gab. Und hier rechts sehen Sie Überkaufteil des S&P 500 angesichts dieses Instruments Advanced-Kleinlinie. Dann sehen wir eben dieses surreale Geschehen, was teilweise eben an den Märkten abläuft. Etwa die Meme-Stocks Bad Bath & Beyond, gestern mal wieder deutlich gestiegen. Und hier hat es ein 20-jähriger Student geschafft, 6% der Anteile von Bad Bath & Beyond zu erwerben. Das sind ein paar Millionchen, die er da zusammengesammelt hat. Hat er wohl von Freunden, Bekannten und Verwandten zusammengesammelt und hat da richtig dick eingekauft. Und gestern hat er verkauft und hat innerhalb von drei Wochen 110 Millionen Dollar verdient. Denn danach ist er mit seiner Familie essen gegangen in New York, wo er ursprünglich herkommt. Und ist dann wieder ans College gefahren in Kalifornien, zurückgeflogen. Also jetzt Business as usual. Das ist ein Mathematik- und Wirtschaftsstudent. Und da sehen wir schon, was los ist, wie sozusagen, welche skurrilen Dinge da derzeit wieder passieren an den Märkten. Nicht normal. Gleichwohl sind gestern insgesamt die Meme-Stocks gefallen und haben diese Siegesstrecke beendet. Wenn wir jetzt mal zum Leitindex kommen, S&P 500 auf 60 Minuten Basis, sehen wir, dass wir hier jetzt diese Trendkanal, obere Trendkanalbegrenzung getestet haben. Gleichzeitig die 200-Tages-Sinie hier getestet haben. Jetzt sind wir eben in diesem Trendkanal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Nach wie vor einige negative Divergenzen. Wir sehen, dass nur Energie gestern hatte zulegen können. Gestern besonders schwach. Communication Services und Materials zum Beispiel. Aber sonst alle Sektoren eben im Minus. Hier sehen wir nochmal die absolute Überkauftheit. Etwa beim RSI hier oben. Sehr, sehr stark überkauft. Auf den verschiedensten Zeitebenen. Sind genau an diese 200-Tage-Linie gelaufen. Haben die Abwärts-Trendkanal-Linie nicht ganz geschafft. Mal sehen, wie es da weitergeht. Interessant ist jedenfalls, dass jetzt die Hebelung wieder gestiegen ist. Der sogenannte Margin Debt, hier von FINRA veröffentlicht wird, ist wieder etwas gestiegen. Um 13,3 Milliarden Dollar, nachdem wir im letzten Monat ein 20-Monats-Tief gesehen haben. Weil die Leute sich enthebeln mussten. Jetzt geht es wieder nach oben. Aber das war auch der Fall im Jahr 2007 und im Jahr 2000. Und da haben wir dann einen Enthebelungsprozess gesehen. Dann wurde die Hebelung wieder ein bisschen größer. Und dann kam nochmal ein Schlag. Mal sehen, ob es diesmal so ist. Oder nicht. Jetzt nochmal zu dem Argument, naja, vor den Midterm-Elections, da werden die Aktienmärkte nicht fallen. Wir sehen hier in diesen Midterm-Election-Jahren, sehen wir, dass eben normalerweise, gerade wenn die Demokraten an der Macht sind, dann es tendenziell ab Mitte, Ende August deutlicher nach unten geht bis um und bei Ende September. Dann geht es im Oktober zunächst nochmal rauf, bevor es dann runter geht. Nochmal, aber das ist eher volatil. Also bisher haben es offenkundig die bisherigen Regierungen nicht geschafft, oder diejenigen, die an der Macht waren, in den USA, den Aktienmarkt so zu pushen, dass dann der September glorreich war. Das ist im Gegenteil der Fall. Der September ist sehr, sehr schwach in diesen Zwischenwahljahren. Mal sehen, ob es diesmal auch so kommt oder nicht. Das können wir noch nicht wissen. Interessant, aber auch ein Blick auf den US-Dollar. Der ist gestern weiter gestiegen. Ist gestiegen, nachdem er ja massiv auf die Mütze bekommen, hat aufgrund der niedrigeren Inflationsdaten. Aber das hat er alles wieder aufgeholt. Unten sehen wir mal den Dollar-Index in der oberen Hälfte des Charts und unten den S&P 500. Normal ist das ziemlich genau negativ korreliert. War 90 Prozent, steigt Dollar, dann fällt der S&P und andersrum. Jedenfalls sehen wir da, dass der Dollar-Index jetzt aus diesem Abwärtstrendkanal, dieser Konsolidierungszone erstmal ausgebrochen ist nach oben. Das könnte darauf hindeuten, dass wir Dollar-Stärke voraus haben und dann nochmal weitere Schwäche jetzt der MS&P 500. Und wie stark ist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession? Wir hatten den New York Empire State Index mit massivem Einbruch. Wir hatten gestern die Retail-Sales, die waren eigentlich ganz anständig. Wir hatten die ordentlichen Arbeitsmarktdaten, wenn gleich auch nur in der Headline-Zahl. Jedenfalls jetzt nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent eingepreist, dass in den USA eine Rezession kommt. Als der Ukraine-Krieg ausgebrochen war, da waren es noch 75 Prozent. Aber nochmal zu diesen Einzelhandelsumsätzen, wenn wir das Ganze mal inflationsbereinigt sehen, dann sehen wir auch, dass wir im April 2021 das Peak gesehen haben oder den Peak gesehen haben hier bei den Einzelhandelsumsätzen. Inflationsbereinigt, wie gesagt. Und seitdem geht es tendenziell eher nach unten, auch wenn nominal, also nicht inflationsbereinigt, die Umsätze weiter steigen. Denn ich finde, das ist eine interessante Betrachtung. Wenn wir nochmal jetzt zur Psychologie der Märkte kommen, dann hatten wir ja lange diesen Optimismus, eben noch im Jahr 2021, dann die hawkische Wende, der monetäre Klimawandel durch die Fed, den die Märkte nicht so ganz begriffen haben, lange Zeit. Als sie es dann begriffen haben, sind sie von Euphorie so langsam in Panik verfallen. Diesen Zustand hatten wir Mitte Juni, als plötzlich Meldungen kamen von JP Morgan, wer auch immer. Wir erwarten, dass die Fed die Zilfen anhebt, 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 noch viel mehr anhebt, weil die Inflation außer Kontrolle etc. Das heißt, da hat man dann auf dieser Seite übertrieben. Und jetzt übertreiben wir wieder auf der optimistischen Seite. Aus der Depression wird Hoffnung, dann wird Erleichterung, dann kommt Optimismus. Dann haben wir jetzt ziemlich viel Excitement gesehen. Thrill und Euphorie haben wir das jetzt schon hinter uns. Fragezeichen. Jedenfalls sehen wir, das ist der Lauf der Dinge. Und der war auch so in der Finanzkrise. Hier sehen wir mal etwa die Kursverläufe zwischen im Mai 2008 und heute. Damals hat der S&P 500 auch seine 200-Tageslinie genau nochmal getestet und ist dann aber wieder nach unten gedriftet. Das sieht man hier in diesem Chart sehr, sehr gut. Auch damals also zwei Tests der 200-Tage-Linie. Immer wieder auch Erholungen, Bärenmarkte, Rallys. Und dann ging es doch nochmal deutlich weiter nach unten. Muss das diesmal so sein? Nein, muss überhaupt nicht so sein. Aber wie gesagt, das sollte man zumindest mal im Hinterkopf behalten, dass es möglich ist. Wenn wir jetzt kurz nochmal nach China kommen, ins Reich der Mitte, neuer Höchststand, drei Monate Höchststand. Hier bei den Zahlen an Corona, vor allem weil in der Provinz Hainan ein sehr starker Ausbruch der Fall ist. Wir sehen, dass Goldman Sachs und Nomura beide jetzt die Prognose für das Wachstum in China deutlich nach unten genommen haben mit ihren aktuellen Einschätzungen und dass die USA und Taiwan jetzt Verhandlungen gestartet haben über eine Handelsinitiative, über gegenseitigen Handel also. Und das dürfte China dann natürlich noch weiter verärgern. Und verärgert ist auch hierzulande etwa unsere, wie heißt es, Isabella Schnabelina, die deutscheste Italienerin, die sie auf diesem Planeten finden können. Oder die italienischste Deutsche. Weiß ich nicht, zumindest geldpolitisch, gell. Die hat gesagt, ja, im Juli haben wir die Zinsen um 50 Basispunkte angehoben. Aber wir sind nach wie vor concerned about the inflation outlook. Und die EZB hat jetzt doch ein bisschen angedeutet, oh, es können nochmal 0,5 Zinsanhebungen werden. Wäre ja auch kein Wunder. Die EZB ist ja deutlich langsamer und deutlich weiter hinter der Kurve noch, als die US-Notenbank fährt. Zumal die Inflation hier noch ein viel größeres Problem sein wird aufgrund der Energiepreise. Zwei Hinweise, meine Damen und Herren. Energiepreise passt da gleich ganz gut. Und Joe Bidens Zustimmungswerte und damit auch die Chancen bei den Midterm-Elections steigen wieder etwas. Denn es sind vor allem die sinkenden Sprit- und Energiepreise, die hier für Erleichterung sorgen. Dazu ein Artikel, das ist mental immens wichtig. Da hängen die Inflationserwartungen dran. Da hängen politische Zufriedenheiten dran an diesen Sprit- und Energiepreisen. Daher dieser Artikel, den ich Ihnen empfehle. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Ja, wir haben es am Beginn der Korrektur gesehen. Wie weit kann der DAX zum Beispiel fallen? Das war die zweite Empfehlung, also zwei Empfehlungen, die ich Ihnen heute mit auf den Weg gebe. Und jetzt sage ich erst einmal selber so ein Ciao.